Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Yoshi's Crafted World Wir haben beim letzten Mal Welt 2 gemacht und schon mit Welt 3 angefangen Und heute starten wir direkt mal rein mit ein bisschen Gambling hier Um zu gucken, was wir für ein neues, wunderbares Outfit bekommen 100 Coins rein und jetzt hoffen, guys, komm Gold, Gold, schade Ich glaube, grün ist noch weniger selten als rot Einschätzen kann ich das natürlich nicht Und gelb hat... Ja, komm Ziehen wir den gelben Laster an Ich würde mir als Yoshi so doof vorkommen, damit durch die City zu laufen Aber ist ja nicht mein Problem, nicht? Los, los, Yoshi macht, heißt das Level Nee, Match, Match, Entschuldigung Da hab ich so einen riesen rollenden Yoshi im Hintergrund Ich hoffe, der ist in dem Level drin, ey, das wäre so cool Ja, äh, Rainer Oh, das lädt lang Okay, ich muss wieder ein bisschen in die Störungen reinkommen Okay Wir sind wirklich das Ding Wie cool ist das denn? Oh, wir können punchen Bam Oh, wir können auch stärker punchen Bam Nein Oh, das ist schwierig Zack Da ist der gelbe Laster Zack 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 Ja, vorsichtig bis hin Bam Da war ganz konzentriert da durch Bam Oh, die unten, die Kisten habe ich vergessen Oh nein, die Kisten Ah, schade Also oben müssen wir auf jeden Fall üben Oben bin ich noch nicht so gut drin Ja, oben, oben Oh, das war knapp Jetzt wieder hier ein bisschen die Bäume weghauen Bam Zack Oh, der ging daneben Nein Ah, zu langsam Das Geschenk hätte ich schon ganz gerne Zack Und bam, die Tür Jetzt schnell, komm Ah, nicht so gut Ah, vielleicht doch ganz gut Jawoll Oh Häuser sind ja voll krass Nein, daneben Zack Okay Bam Liste ich Kommt noch was Nee, haben wir Okay, let's go Let's go Finde ich cool Finde ich cool Neues Levelkonzept Richtig feierbar What, das ist ja mega schwer Ja 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 Hey, wie soll man denn da mehr Punkte machen Ich hab doch außer oben fast alles zerstört Das ist ja mega schwer Wahrscheinlich brauchen wir einfach für die 9000 alles Safe nicht Oh, jetzt müssen wir wieder bezahlen Ich bin so kaputt Hätte ich doch nur 10 Grinseblumen Ihr werdet teuer, Kollegen Ihr werdet sehr teuer Das finde ich nicht gut Aber die 10 haben wir doch noch Jetzt hoffe ich aber, dass wir auch wieder gut welche sammeln, um weiter zu kommen Danke Es geht mir schon viel besser Ne Gebirgswelt I like Mal gucken, was uns da erwartet Popkartonkuppe Herzlich willkommen Guten Tag Moin Ich bin jetzt auch da Ich bin der Uwe Ich bin auch dabei So, und die Minenwagenhöhle Da geht's rein Schnapp dir die 100 Coins Und das machen wir doch Ich glaub 100 Coins sind in jedem Level machbar Also vielleicht wird es auch Levels geben, wo es die Challenge ist Ähm 100 Coins zu holen Aber sonst waren 100 Coins jetzt für mich noch nie so wirklich Das Problem, glaub ich Okay, hier gibt's nix Und jetzt müssen wir hier Wasserfallmäßig nach oben Und ich bin mir sicher Gegebas auch schon das erste Secret Das Feuer sieht schön aus Auch wenn's nicht echt ist Sieht trotzdem schön aus Oh, hier ist ein Kapodaminwagen Blendig Was muss ich damit machen? Oh, das ist ein Spombe Okay Das stell ich mir auf jeden Fall Oh, da müssen wir jetzt schnell sein Oh nein Ich wusste nicht, dass sie runter Aber macht ja auch Sinn Oh Gott Blendig Blendig Sprung, Sprung Rübersprung Sprung Sprung Bombe Blendig Wie kommt man denn da hoch? Vielleicht mit ein bisschen Rumgetrickse? Ne Aber müssen wir doch Oh, wir können den Minenwagen da entschieden Der im Übrigen mit so Zahnstochen und Deckeln zusammengesteckt wurde Ey, wie cool Ich hab doch gemlempt Oh nein Reicht mir schon Reicht mir schon Ich hab doch gemlempt Ich gemlem die ganze Zeit und aber der gemlempt nicht zurück Geht's da weiter? Oh Gott Ich muss nach unten Was soll vielleicht dieser Pfeil hier sagen? Aber ich weiß nicht, wie viel nach unten okay ist Blendig Blendig Wollen wir bestimmt wieder eine Bombe? Nein Bam Wir brauchen hier auf jeden Fall wieder einen Minenwagen Aber ich weiß gar nicht, wo wir den herbekommen sollen Unser Mlem Hier hoch Hier rüber Und bam Da ist der Minenwagen Ne, der wird jetzt mit nach unten genommen Und kann der von alleine fahren? Ja Und jetzt können wir hier hin Und uns die zweite Was nicht gut Aber da rechts war ja auch noch Da ist ein Fisch Der schwimmt halt den Wasserfall aufwärts Problem damit? Ich hoffe nicht Hinten ist ein Schild Da steht Blocks drauf Ich wusste, dass da unten was war Ich hab das so ein bisschen Hab ich das geschmeckt Ne, brauchen wir nicht Eher unnötig So Hier kommen wir auch ohne den Wagen hoch Ich dachte gerade, wir müssen den Wagen wieder hier hoch bringen Aber das geht ja gar nicht Ah Nein Unser Outfit Jetzt, wenn es geheilt werden würde Ja Ist nicht so schlimm Mlem dich Mlem Es fühlt sich so an, als bräuchten wir den irgendwie Oh mein Gott Es fühlt sich so an, als könnte man nach da oben links Aber kann man nicht Hier müssen wir mlemmen Da gibt es sogar was für Richtig, wichtig Dann nehmen wir doch nochmal einen mit Ich hab gemlemnt Ach komm Also das, das, das schon ein bisschen Scam hier Ich bin hier am lemmen wie ein Meister Und dann passiert hier trotzdem Also, ah, weiß ich nicht Jetzt wär cool, wenn ich die Ja, genau so irgendwie Aber da wären ja auch Bomben gewesen Nee, halt Ich mlem dich Aber komm mit Nee, 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 nee Halt, stopp Nach links Nach links Da war Da konnte man hoch Das hab ich ganz genau gesehen, Geist Schaut mal gerne in die Kommentare Was ihr von dem Spiel bisher haltet Ich bin Wie immer noch Komplett Positiv Überrascht Tatsächlich Was auch irgendwie Unerwartet ist Aber ist ja Ja, okay So Und hier kommen wir wieder raus Und können Da was machen Oh, Leben Haben wir tatsächlich notwendig Wir haben sogar unser Outfit verloren Pff Boah Das war schon Knapper Das war jetzt eher nicht so schlau Egal Wir Driven Wir Driven Wir Driven Wir Müssen Weiter Driven Das ist Englische Wort Für Fahren Yeah Mega Cool Ich glaube Das hätten wir Später treffen Sollen Ich glaube Das ist Ein Bereich Wo wir Gleich Noch Hinkommen Lämm 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 Was gibt es hier rechts Das sieht mehr als Sass aus Können wir irgendwie Unseren Wagen Mit hochnehmen Ja können wir Nein Ich hätte Ich Da kommt wieder eine Wir müssen hier Lämmen Und dann können wir Nachher drüben fahren Ganz wichtig Geist Ganz wichtig Man muss ja echt Nachdenken Was Also irgendwie Oh nein Ich habe das Gefühl Ich hätte das Darüber fahren Lassen müssen Irgendwie Wie spawnt Das Ding Ne Mlem Nein Die Coin Ich dachte Wir sammeln Die automatisch Auch ein Ist scheinbar Nicht so Okay Keine Ahnung Wie wir Nach da Drüben Kommen Dann lass Uns mal Hier weitermachen Komm Nach Nach Da Und hier Mit In Anführungszeichen Boah Der war knapp Kollege In Anführungszeichen Wann springen Hier nach oben Blam Hier gibt es voll viele Coins Ähm I'll take that Hier gibt es sogar Sehr viele Coins Ah Ich will nicht unbedingt Mit den Fischen hochfahren Ich will so mehr Die Coins einsammeln Ah Okay Jetzt möchte ich doch Mit den Fischen fahren Vielen lieben Dank Und dann nach Ne nach oben Wie weit geht es denn noch Nach oben Das ist jetzt meine Frage Okay wir waren schon ganz oben In der Luft Bisschen abbremsen Man weiß ja nie was kommt Nicht Und da wäre wieder aufgefüllt worden Unser Da habe ich mich ein bisschen schlecht Angestellt Tatsächlich Blam Ich bin mir sicher Wir brauchen die Bombe Hier ist wieder ein Wagen Oh ja Und wir können jetzt Wir können Oh ja Das ist cool Komm Komm mit Ich blam dich Guys Hashtag Mlem M-L-E-M Hashtag Mlem Oh Jumpen Ey wir haben fast alle davon Und das sind 120 Millionen mehr Als beim letzten Mal Das hier muss doch Ein Secret sein Nicht Ne das da unten Ist safe tot Skurril ein bisschen Kann ich die alle umfahren Und jetzt Haben wir Anlauf Und jetzt kommen wir Auf den Berg hoch Oh Gott Oh Gott Da ist einfach die Bahn kaputt Nein wir haben aber nicht alle Oder Oh ich weiß das jetzt gar nicht Haben wir alle Ich glaube Actually Dass uns eins fehlt Sicher bin ich mir da natürlich nicht Aber ich denke schon Nein Ja let's go Guys Dafür jetzt Einfach mal ein Abo da lassen Ja Dann verpasst ihr hier von nichts mehr Und ihr zeigt mir Wie krass ich doch hier performe Wird die Coins Hätte man noch Finden können Die Coins finde ich aber So eine nebensächliche Sache Weil Du kannst ja nicht auf alles Werfen was sich bewegt In dem Game Also kannst du schon Aber dann bist du halt Mehr damit beschäftigt Die ganze Zeit Eggs zu sammeln Und I mean Ah weiß ich nicht Kann ich jetzt Das ist meine Frage Kann ich jetzt Das Outfit wieder anziehen Den LKW Ja Kann ich Okay Und jetzt stellen wir uns Bitte mal Mal nicht so schlecht an Hier In der Zugreise Mit Pfiff Ja Kann ja nicht sein Dass wir hier direkt In den ersten 5 Sekunden Alle 3 Treffer Weggeschossen haben Das war jetzt Nicht so gut Sag ich jetzt einfach mal Da wären wir auch schon Und es sieht sehr schön aus Oh Blam Ach komm Wir haben schlecht angefangen Heute Oh es ist ein Zuglevel Ja Ja Rein da Wir sollten uns eher Nach hinten Vorbei Blam 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 Wui Oh nein Wir sind an einer vorbei Oh weil ich hier nicht springen darf Das sehe ich nicht Geh weg Blam Wir bleiben konzentriert Also die Red Coin Challenge Werden wir glaube ich Schon mal nicht schaffen Das ist die erste Das ist die erste Caramel Blocks Ja Oh die sind voll lecker Kennt ihr Karamell Klötze Das ist voll lecker Das Schild Das war schon Sass Blam Da wird wieder unser Wagen aufgefüllt Wichtig und richtig Hier geht es auch noch lang Es gibt so viele Kunden Das finde ich voll cool Ohne Zeit Challenge Schaffen wir Schaffen wir Das ist die richtige Die anderen sind fake Wir haben nicht gelacht Ja das war jetzt einfach Was ist das da Oh nein Und müssen wir wieder den Zug zusammen bauen Oder Lol Kommt wieder einer Ja reicht doch jetzt Wie viel haben wir Einen noch Okay weiter jetzt Jetzt haben wir glaube ich genug Eier So Nach rechts ging es auch noch Habe ich gesehen Wenn die da so runterspringen Oh Ich dachte das sei ein Gegner Ihr müsst ja irgendwo ein Koopa sein Von unten gegen hüpfen Mario mäßig Nein Das war das schlechteste Was wir hätte bekommen können Man kann bestimmt auf dieses Haus hoch Da gibt es sogar was Wichtig und richtig Let's go Let's go Da unten war noch einer Okay dann rennen wir da lang Wir haben jetzt ein Puzzleteil Oh Wir brauchen mehr davon Dann lass uns Ja Direkt weiter gucken Nein der Mitte fehlt noch eins Ah hier drinnen Das wäre tatsächlich mein Gäst Mein nächster Gäst gewesen Nochmal das abzuchecken Weil da haben wir ja nur die Coins geholt Aber da ist auch ein Brückenteil Ich mag das Level Also ich finde jedes Level hat so seine eigene Grundidee Und das finde ich voll cool Jedes Level spielt sich anders Und I like I really like Oh guck mal Da wäre noch Eine Glocke Um nochmal unsere Treffer aufzufüllen Ne Weg da Muss ich hier springen Ich weiß das nie Hier sieht man nix Da waren Coins Der da oben ist mehr als Zass gewesen Oh mein Gott Jetzt fliegen ja noch Flapflaps Ich weiß es sind keine Flapflaps Aber es sind Flapflaps Oh Gott Oh nein Das da hinten waren bestimmt auch Coins Die fliegen da unten lang Oh Ah Leben Oh Gott Ah Die ist wichtig Ah Die Steine sind ganz schlimm Die Steine sind ganz schlimm 1, 2, Leben Oh mein Gott Okay Coins Ist es wieder welche Oder muss ich hier springen Ich weiß das nie Ducken Springen Springen Haben wir Wir haben eine kurze Pau Wichtig Das sind bestimmt Red Coins Ja Nehmen wir auch mal mit Warum denn nicht Haben wir Weiterfahren Komm Oh Gott Der arme Zug Der baut hier noch einen Unfall Das Spiel ist fantastisch So Oh nein Zehner Münze Ähm Ähm Wui Oh wichtig Wichtig Eins Nur noch Nur noch ein einziges Nein Wir haben ja alle True True Let's go Ziel Durch Ziel Komm Verdient Verdient Das Ziel Jetzt Jawoll So muss das Es macht fantastisch Spaß Dieses Game Zu zocken Er ist halt Mega Unerwartet Gewesen Ich werde das noch so häufig sagen Wir sind jetzt in der dritten Folge Und ich bin mir sicher Bis in die fünfte Würde ich das noch ziehen Dass ich sage Dass das Spiel krass ist Alleine haben wir nicht Die Coins Alle geholt Fünf Stück Händen gefehlt Aber das ist okay Das Völlig Völlig okay Finde ich kann man machen Finde ich es okay Das passt Oh hier rechts können wir noch mal Gamble Eine Runde Ich würde sagen Tun wir das doch auch Das Spiel kann sich machen Bitte lass das Meine sehr verehrten Damen und Herren Oh oh Einmalig kostenlos Na dann müssen wir aber zweimal machen Gibt es ein goldenes Ha Aber das goldene habe ich gesehen Das war ganz Oh das ist fast ganz unten Was bekommen wir Ein Minenwagen Wir ziehen den an Wir werden jetzt nicht nochmal drehen Weil sonst haben wir zwei Outfits Und das wäre Bisschen suboptimal Da müsste ich immer hin und her wechseln Und wir wollen ja immer Ein Outfit Pro Welt kaufen Um das dann zu haben Und Gemauserte Magneten Schauen wir uns dann beim nächsten Mal an Geist Die Folge ist schon wieder vorbei Es geht so schnell Wenn euch die Folge gefallen hat Lasst auf jeden Fall ein Like da Wenn sie euch gefallen hat Das würde mich unterstützen Und ein Abo Das würde euch helfen Mich wiederzufinden Um die nächste Folge nicht zu verpassen Ich wünsche euch jetzt noch Einen wunderschönen Tag Bis dann Ciao Ciao Leute Wie hoch D Bis zum nächsten Mal.